Wir haben Sie heute Mittag darüber informiert, dass wir uns heute von Manuel Baum getrennt haben, dass wir ihn freigestellt haben. An erster Stelle gilt mein besonderer Dank Manuel Baum, der in den vergangenen Wochen und Monaten mit unglaublichem Einsatz, mit viel Akribie und Leidenschaft hier alles versucht hat, um den Erfolg wieder zum FC Schalke 04 zu bringen. Leider hat sich dieser Erfolg nicht eingestellt. Wir haben aus zehn Spielen vier Punkte geholt und es ging am Ende darum, sind wir davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation in der Rückrunde beziehungsweise ab dem 2. Januar die notwendigen Punkte erzielen, um das Ziel zu erreichen, in der ersten Bundesliga zu bleiben. Diese Überzeugung war nicht mehr da. Nochmals ein besonderer Dank an Manuel Baum. Ich wünsche ihm von Herzen, dass er bei seiner nächsten Station wieder den Erfolg hat, den er auch beim FC Augsburg gehabt hat. Er ist nicht nur ein hervorragender Trainer, sondern einfach ein wunderbarer Mensch, ein ganz feiner Kerl. Und von daher alles Gute an ihm. Erstmal Glück auf an allen. Wir haben nur eine Woche hier. Es sind zwei Spiele. Von daraus werde ich nicht viel ändern an die Trainingseinheit von dem Trainerstab. Ich glaube, dass sie gut ist. Und ich nehme nur Mike Buskis mit als Altgedienter. Und von daraus versuchen wir, die Mannschaft hinzukriegen, die Köpfe frei zu machen. Und ja, doch, auchal haben sie keinen Erfolg und Freude. Die muss doch wieder in die kommenden Tage zurückkehren in die Mannschaft. Und es wird nicht einfach sein, um das hinzukriegen. Aber da haben wir so unsere Methoden für. Das stimmt. Aber du weißt, das blau-weiße Herz schlägt noch immer. Und wenn dann der Verein doch in die Podulie kommt, dann kann man doch mal wieder nicht Nein sagen. Und ausgeschlossen, dass sie über die zwei Spiele hinaus weitermachen? Oder ist das für sie definitiv eine Entscheidung? Lass euch überraschen. Ja, ich denke, dass es schwieriger ist, weil jetzt stehen wir ganz unten. Und die Mannschaft, die hat natürlich wenig Vertrauen. Ich denke, dass es natürlich noch schwieriger ist. Aber damals war es auch eine andere Situation. Da habe ich die Mannschaft für etwas langere Zeit übernommen. Jetzt geht es nur um die zwei Spiele. Also ich habe ja, ich habe gerade eben gesagt, wir stehen jetzt vor zwei wichtigen Spielen binnen fünf Tagen. Und der ganze Fokus von uns allen sollte diesen zwei Spielen gelten. Wenn die zwei Spiele gespielt sind, möglichst erfolgreich, dann werden wir uns zu dem anderen Thema äußern. Erstens, ja, ich spüre das Vertrauen. Zweitens, nein, ich habe meinen Rücktritt nicht angeboten. Ich will Ihnen auch gerne sagen, Herr Gaffrey, warum? Weil man in so einer Situation nicht davonrennt. Es geht hier um den Verein, es geht nicht um mich, dass ich dann zu Hause bin und meine Ruhe habe. Man rennt in so einer Situation nicht davon. Wenn der Aufsichtsrat sagt, du bist nicht mehr der Richtige, dann gehe ich nach Hause. In Ihrer Zeitung habe ich auch gesagt, zu welchen Konditionen. Aber ich bin nicht so gestrickt, dass ich hier wegrenne, wenn die Probleme am größten sind. Ja, die Null muss stehen, ne? Dann könnt ihr das wieder schreiben. Wie habt ihr wieder, ja, etwas zu schreiben, die Null muss stehen. Das wäre nicht schlecht, ja, wenn das wäre. Weil dann brauchst du nur ein Tor zu schießen. Und du hast drei Punkte, glaube ich. Wofürwerh Wofürwerh Untertitelung des ZDF, 2020